Es ist die Top-Partie am heutigen Tage in diesem Wettbewerb. Es ist das Spiel, das sich kein Fußball-Fan entgehen lassen darf. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Wolf Fuss und Frank Buschmann kommentieren für Sie die heutige Partie Buschi. Heute also das Duell im Pokal, da dürfte es Wolf richtig zur Sache gehen. In der Abwehr haben Sie Handlungsbedarf gesehen, deshalb jetzt auch dieser Transfer. Ein interessanter Spieler, wie ich finde. Er müsste Ihnen Stabilität geben. Schauen wir kurz auf die Startformation von Trabzonspor. Sie spielt es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen Sie nachrücken. So, jetzt wissen wir, wie es Besiktas heute angeht. Und auf der Gegenseite sehen wir auch eine offensive Ausrichtung. Tatsächlich treten Sie in der gleichen Formation an. Das kann was werden, weil draußen gibt Ecke. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile Mittel und Wege. Aber ich bin gespannt, wie sich das Wetter auf das Spielniveau auswirkt. Ja, auf jeden Fall schwierige Bedingungen. Gilt aber für alle Akteure. Also beide Mannschaften müssen damit klarkommen. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das Ding geht ein gutes Stück vorbei. Klasse Pass. Klasse gespielt. Jetzt die Flanke. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Und Ecke. Kurze Ecke jetzt. Hereingabe. Gute Aktion. Gut geklärt. Ja, da müssen Sie aufpassen. Und jetzt bekommen Sie die Chance. Da kommt der Pass. Klasse gespielt. Guter Steinpass. Türe. Das macht der gut. Den Ball hält er fest. Alenja. Super Pass. Gute Idee dieser Ball. Klasse Zuspiel. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Es sah so aus, als kämen Sie durch. Aber jetzt ist der Ball weg. Alenja. Im Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Akieme. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Da muss er flanken. Abgeblockt. Ball ist im Haus. Es gibt Ecke. Kurz zu Kualeschmann. In den Medien hört man Gerüchte über sein bevorstehendes Karriereende. Was aber immer noch seine Entscheidung ist. Er wird da gut drüber nachdenken. Jemmas. Vielleicht die Führung jetzt. Nee, den Ball trifft er nicht so gut. Toller Pass. Es ist ja gut. Das gibt einen Eckball. Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Jetzt ist die Kugel weg. Alex Hunter. Schöne Zuspiel. Da kommt der Steilpass. Jemmas. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Und Pepe. Kai Lahren. Das ist Jakub. Schöner Pass. Er schießt. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Jetzt müssen Sie aufpassen bei dieser Ecke. Jetzt kommt die Ecke. Jemmas. Ecke kommt's. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Jemmas. Malenja. Und nun Quaresma. Kuzka. Klasse Einsatz. Das gibt ein Wurf. Das gibt ein Wurf. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Der Schiri belässt es allerdings bei Gelb. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Sie holen sich den Ball. Kai Lahren. Den Ball spielt er raus. Da können Sie erstmal klären. Das ist Jakub. Jetzt Töre. Die Chance. Kein Tor. Das sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Das frühe Pressing jetzt. Der Schießler. Der Ball prallt von der Latte ins Feld. Macht er ihn. Die Gelegenheit. Super gehalten. Aus dieser Entfernung. Toller Reflex. Perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Töre. Nun Quaresma. Özjakuk. Kai Lahren. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Die Nachspielzeit ist eingeblendet. Zwei Minuten. Den spielt er steil. Und Hunter hier im Abseits. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Tomagoi wieder. Keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Sicher noch ein Ruf nach oben. Der Anschluss ist erfolgt. Die zweite Hälfte läuft. Kutzka. Özjakuk. Und da ist der Ball wieder weg. Jetzt könnte es gefährlich werden. Schwache Töre. Ungefährliche Aktion. Kein Problem für den Torwart. Jetzt haben die Spekulationen um ihn. Schönes Zuspiel. Klasse gemacht. Er zieht ab. Nee, nee, nee. Weit vorbei. Eigentlich gut gedacht, aber es fehlt einiges. Tollgei Arslang. Mädel. Jetzt Töre. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Jetzt die Gelegenheit. Das ist das erste Tor dieser Partie. Und jetzt ist die Freude natürlich groß. Jetzt, ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Da war der Torhüter noch dran. Aber da ist zu viel Power hinter diesem Ball. Er hat letztlich keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Gutes Stellungsspiel. Und so holt er sich den Ball. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Gökhan Töre jetzt. Negredo am Ball. Jetzt Töre. Das könnte die Chance werden. Jetzt Medell. Jetzt hat er Platz. Jetzt muss er flanken. Er zieht ab. Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Alenia. Klasse Zuspiel. Ganz souverän hier vom Torhüter. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Er lässt den Gegner stehen. Da ist die Flanke. Da können sie erst mal klären. Und Negredo. Da kommt der Schuss. Und im entscheidenden Moment versagen ihnen ein ums andere Mal die Nerven. Und ganz klar, das Selbstvertrauen wird mit jeder vergebenen Chance nicht unbedingt größer. Sie haben den Ball. Und Negredo. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Klasse Pass. Jetzt wird gleich die Ecke reinkommen. Super Einsatz vom Torhüter. Ecke kommt rein. Der Reingabe kam gut, aber der Ball ist erst mal weg. Das wird ein Eckball geben. Eihahn. Das war knapp. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Töre am Ball. Schöner Pass. Negredo. Negredo. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Ah, da ist der Torwart noch dran, aber der Ball geht trotzdem rein. Ah, da ist Pech dabei. Der hätte er fast gehabt. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Jilmaz. Freistoßentscheidung korrekt. Jetzt kommt die Ecke. Das ist doch gefährlich. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Und das ist der Ballverlust. Acht Minuten jetzt noch. Vielleicht die Führung jetzt. Da ist das Tor. Und da ist vielleicht schon der Sieg. Ja, ja, Wolf. Blicken wir auf die Uhr. Ich glaube, das wird jetzt eng. Ein wichtiger Treffer. Vielleicht der entscheidende. Jetzt steht es hier. Das war knapp. Akiyema. khan eihahn jemals tolles passspiel heute bei ihnen sehr schönes zuspiel sie müssen ein tor erzielen aber hier wurde der ball abgefangen ganz sicher auch dieser ball kommt an und den ball hat er sich geholt es gibt drei minuten oben auf khan eihahn jemals töre holger jahrsland vielleicht bekommen sie noch die chance zum ausgleich jetzt gilt und sie bleiben am ende vorn mit zwei zu eins gewinnen sie diese spiel da haben sie sich heute eine gute ausgangslage fürs zurückspiel geschafft mit diesem erfolgserlebnis ja das dürfte selbstvertrauen geben das weiterkommen auf jeden fall möglich ein gutes spiel von ihm heute kann man nicht anders sagen klar dass er heute happy ist er hat den entscheidenden treffer es ist es ist es ist es 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 is Untertitelung des ZDF, 2020